Asma Abida will Radiologieassistentin werden. Dafür braucht sie ein Deutschzertifikat. Geboren wurde die 19-Jährige zwar in Deutschland, zog als Kind aber nach Algerien und hat viele Wörter vergessen. Für ihre Ausbildung ist sie jetzt zurückgekommen. Hier bei der gemeinnützigen Organisation Bildungsprofis in Frankfurt will sie ihr Deutsch auffrischen. Also ich finde das sehr gut, wenn wir so alle nicht so gut Deutsch reden. Alle lernen wir ja und da fühlt man sich ein bisschen besser. Nicht so wie alle kennen gut Deutsch und du nicht, das ist dann besser. Denn 100 Frauen lernen hier Deutsch, vor allem für Berufe im Gesundheitssektor. Und werden fit gemacht für die Jobs, für die so dringend Personal gebraucht wird. Die Teilnahme ist kostenlos, weil die Bildungsprofis mit knapp einer Million Euro unterstützt werden. Das Geld kommt aus dem Arbeitsmarktfördertopf namens REACT EU. Ohne REACT, ohne den Fonds würde es das Programm nicht geben. Also wir haben uns wirklich auch Gedanken gemacht und haben diesen Antrag geschrieben und haben jetzt diese 100 Frauen, die wir aufnehmen können, nur durch diese REACT-Fördergelder wurde das möglich. Das Personal einzustellen, die Räume anzumieten. Also es ist quasi essentiell. Insgesamt 54 Millionen Euro hat Sozialminister Kai Klose auf verschiedene Projekte verteilt. Die Idee dahinter, eine bessere Integration und dass Hessen gestärkt aus der Corona-Krise kommt. Nun zum einen ist das eine Vorgabe der Europäischen Union, wie diese Mittel zu verwenden sind. Das ging auch um Digitalisierung, um Innovation, aber auch um Nachhaltigkeit. Und genau daran haben wir uns orientiert. Und wir waren da auch sehr erfolgreich, weil wir 24 Projekte in sehr, sehr kurzer Zeit realisieren konnten. Allerdings sind die Fördergelder und damit auch die Projekte auf ein Jahr begrenzt. Das kritisiert die Opposition. Ein Jahr ist zu kurz. Also wir wünschen uns, dass das Land genau hinschaut, guckt, was haben die Projekte gebracht, waren die erfolgreich. Und wenn die erfolgreich waren, dann wünschen wir uns langfristige Förderung. Doch auch längere Ansätze wie die Sprachförderung alleine reichten beispielsweise in der Pflege nicht. Das hätten bereits andere Projekte gezeigt, meint der Pflegeberufsverband. Und dass dann Kolleginnen auch wieder abgewandert sind, weil sie eben mit unserer Situation in der deutschen Pflege einfach nicht zurechtgekommen sind. Also im Ausland ist es beispielsweise nicht üblich, dass man so viele Patienten pro Pflegefachkraft betreut wie in Deutschland. Asma Abida freut sich aber über ihren Deutschkurs. Schon im September will sie hier in Frankfurt ihre Sprachprüfung ablegen. Also im Ausland ist es bei der Pflegeberufsverband.